Wir haben eine sehr hohe Steuerlast. Jedes Jahr, wenn wir in der Steuererklärung sitzen, stellen wir fest, die Rückerstattung ist relativ gering. Was Sie tun können, um Ihre Steuerlast massiv zu reduzieren, aus diesen gesparten Steuern ein Vermögen zu machen. Asset Protection Congress, eine Veranstaltung der Denkfabrik für Vermögensschutz des Asset Protection Clubs. Wir sprechen über steueroptimiertes Vererben von Vermögen, Abgeltungssteuerfreies ansparen in Investmentdepots, Steuerrückflüsse über Photovoltaik mit Investitionsabzugsbeträgen, Denkmalschutz und damit Verbund zur Steuererleichterung, steuerfreie Sachbezüge in Unternehmen und so weiter. Wie sowas funktioniert, sehen Sie am nächsten Asset Protection Congress am 16.03.2024. Ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns.